Ja, zurück zu den Reformen und zur Reformierung Deutschlands, die das Thema Wir 2020 EU und der Skandal wird zu den Akten gelegt, mit dem Satz hier, der als Dauersatz weiterläuft, bitte nur die Basis wählen. Wir 2020 EU, nicht DE, mit DE stehen wir in sehr gutem Kontakt weiterhin. Wir 2020 EU, diese Absplitterung sozusagen des Ganzen hatte sich durch eine Lügenhetzschrift über uns als unseriös entlarvt und ist damit erledigt. Denn das ist dann, wo ein Landesvorstand mit offensichtlicher Billigung auch des Bundesvorstands eine Lügenhetzschrift über andere Menschen sozusagen schreibt, das ist keine Partei, sondern das ist irgendwas anderes. Aus meiner Sicht eher eine kriminelle Vereinigung, aber damit ist das Thema auch erledigt. Wir wollen uns mit diesem Irrläufer Wir 2020 EU nicht weiter beschäftigen. Alle Wahlstimmen einfach nur auf die Basis, weil sie sich bis jetzt anständig benommen hat und seriös benommen hat und deswegen alle Stimmen dahin. Das ist unsere einzige Hoffnung, die wir haben, denn die Fraktpartei ist noch nicht so weit, die tritt noch nicht bei den Wahlen an. Und wir konzentrieren uns wieder auf die Programmpunkte und gleich noch auf unsere Einladung an Professor Sucharit Bhakti. Aber erst mal hier unten an dem rundlichen Ding. Grundsätzlich alle Sendungen grundsätzlich immer mit Mindestgeschwindigkeit von 1,5 schauen. Es sei denn, Sie wollen einschlafen, dann sollten Sie 1,0,75 nehmen als Tempo. Also grundsätzlich bitte jetzt sofort schneller drehen. Ja, dann rede ich jetzt mal ein bisschen langsamer, weil die Leute ja schneller gedreht haben. Ja, unsere Einladung an Professor Sucharit Bhakti. Bitte, lieber Professor Sucharit Bhakti, leider hatte ich nur Ihre Frau mal telefonisch erreicht und länger am Telefon. Bitte werden Sie, wie unser Professor Harald Wallach und unser Mitglied Dr. Med. Michael Spitzbart, auch Mitglied bei den Next Scientists for Future, dem Arbeitskreis vom Weltrat. Ja, und bieten Sie mit uns auch der Basishilfe an. Bei uns haben Sie die Garantie, dass wir immer unabhängig und überparteilich bleiben, als aber als externe Experten eben der Basis als Partei zur Verfügung stehen, ihr helfen, in den Ministerien für sie die Reformen durchführen. Denn das können die nicht. Also wir schätzen, dass man mindestens circa 40 Jahre Wissenschaftserfahrung braucht, um überhaupt bei solchen Reformen kompetent mithelfen zu können. Denn die meisten Menschen sind so voll vorteilbringender Irrtümer im Kopf. Und Sie, lieber Professor Sucharit Bhakti, haben ja sozusagen schon vor Jahrzehnten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihre wissenschaftskritischen Fähigkeiten, also die Fähigkeit, auch das System Wissenschaft zu hinterfragen, ja unter Beweis gestellt. Und deswegen ist bei uns intern, wären wir bereit, Sie gerne als Mitglied neben Professor Harald Wallach und Dr. Med. Michael Spitzbart begrüßen zu können, sodass wir dann hoffentlich die Basis überzeugen können, dass es nicht geht ohne externe Experten und die externe Kompetenz, dass die Idee, dass die Basis ausreichen könnte, dass also eine Laienpolitik und Laienideen ausreichen könnten in einer Gesellschaft, wo alles auf Spezialisierung und Arbeitsteilung ausgelegt ist und wo sich Leute, die Leute im Weltrat sich durchschnittlich über 50 Jahre nachgedacht haben, über, und zwar wissenschaftlich nachgedacht haben, auch über die Frage einer besseren Welt und Gesellschaft, ja. Wenn man das einfach von vornherein wegschmeißt, also da wurden Milliarden Gelder für ausgegeben, dass es Leute gibt, die kompetent sind. Und das wegzuschmeißen, nur weil natürlich auch sehr viele Experten voll sind von vorteilbringenden Irrtümern, ihre eigenen Sparte oder anderen Sparten und auch sehr in die Irre führen können. Dafür gibt es ja dann die Kontrolle durch die WählerInnen sozusagen, durch die Volksentscheide und so weiter. Aber sozusagen zu denken, dass Amateure allein ausreichen würden, um die Welt zu retten oder Deutschland zu retten, das ist wohl ein großer Fehler, ja. Ja, von daher also noch einmal hier auch der Satz, unser neues Motto ist ja immer, jede Sendung sind Tipps für Sucharit Bakhti, Bodo Schiffmann, David Claudio Sieber, Rainer Füllmich, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Klaus Köhnlein, Gerhard Reuter, Eva Rosen, Vivian Fischer, Martin Schwab und selbstverständlich, also auch für die Parteien, die Basis- und die Wrackpartei, die wir beraten und natürlich auch wir2020.de. Ja, das sollte man dann auch gleich mal korrigieren, vielleicht, dass man hier auch wir2020.de reinschreibt. Naja, obwohl, das braucht man jetzt nicht zu schreiben, weil die treten ja noch nicht an zur Wahl in Baden-Württemberg, also lassen wir es erstmal dabei, denn das würde vielleicht verwirren, dann würden Leute denken, wir würden wieder wir2020.eu empfehlen, aber in Wirklichkeit können wir natürlich guten Gewissens ausschließlich wir2020.de empfehlen und bleiben wir mal bei, die Basis und die Wrackpartei, die wird halt erwähnt, weil sie die, die wirklich basisdemokratische Denke hat, also das richtige Denken hat, während die Basis noch nicht im basisdemokratischen angekommen ist, sondern sich bis jetzt leider noch verhält wie eine nicht basisdemokratische Normalpartei sozusagen. Ja, dann gehe ich mal hier weiter. Ich lese mal so, was hier so steht. Also, wir konzentrieren uns wieder auf die Reformen. Und zwar, bisher hört die Basis leider nur auf Experten, die mindestens 30 Jahre zurück sind hinter der Wissenschaft. Übrigens noch als kurz, wer das also noch wissen will, wer alles über die Lügenhetzschrift von den Skandal mit Wir2020 EU wissen will, will alle Sendungen ab 779 auf dem Sender Next Scientists for Future auseinander geschrieben bei YouTube. Ab Sendung 779 finden Sie alles über den Hetzschrift-Skandal. Ja, dann gehe ich mal kurz hier hin, mal gucken, ob ich das auch irgendwie finde. Oh, nicht hier, sondern hier. Ja, also noch einmal hier Weltrat, unsere Homepage, zusammengeschrieben, nextscientistsforfuture.de. Während der Sender bei YouTube ist auseinander geschrieben mit, also Leerzeichen. Ja, Wikipedia, noch einmal zur Erinnerung, können Sie sich durchlesen in Ruhe. Also, wir sind die Nachfolgeorganisation letztendlich und ich zum Beispiel habe meine Hauptausbildung, mein Hauptstudium war das Studium des weltweit wichtigsten Denkers sozusagen. Ja, das war mein hauptwichtigstes Studium. Daran habe ich, das habe ich so drei Jahrzehnte studiert und ja, war auch einfach der Einzige, den ich noch ertragen habe, weil die anderen halt so viel Nichtwissen hatten. Und jetzt der Kernsatz lautet zum Reformieren. Gesellschaft kann ganz grundsätzlich nicht und niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, PAs. Es sei denn, wir würden auf die Vorteile von Tauschhandel, Arbeitsteilung und Markt ganz grundsätzlich verzichten. Und ich weiß nicht, ob wir darauf verzichten sollten. Ja, also das wäre die einzige Alternative. Entweder wir setzen starke, ganz starke positive Anreize und lassen darüber dann die vorteilbringenden Irrtümer, die VIs aussterben und damit die Manipulation in der Gesellschaft aussterben. Oder wir müssen alles wegstreichen, was Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung anbetrifft. Das müssen, müssten wir abschaffen von heute auf morgen. Das halte ich im Moment nicht für realistisch. Also, oder daran, darüber denke ich im Moment nicht so richtig nach. Wenn das jemand für wirklich gut findet, bitte mal anrufen und an unseren Talkshows teilnehmen. Ja, und dann hier, vielleicht habe ich das hier noch. Warum immer dieser Fehler hier. Ja, wenn man also bei uns runter scrollt, also man tippt hier drauf und geht auf Weltrat der Weißen. Dann nochmal zu den Reformen. Ja, hier Greta Thunberg. Ja, zufällig war es genau rund um den 20. August, als sich der Weltrat zusammen telefonierte. Aber entscheidend ist die Reform. Also, Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne positive Anreize. Und die berühmte Anekdote vom alten China, die quasi der Kristallisationspunkt war, um den herum sich die Professoren zusammen telefoniert haben. Die Wissenschaftler, Professoren, Doktoren und so weiter. Die berühmte Anekdote vom alten China, dass der Arzt angeblich so lange von allen beschenkt wurde, wie alle kerngesund und glücklich waren. Das heißt, wir haben hier als Element des kompetenten Reformierens erst einmal das Erfassen des Gesundheitszustandes und des Glückes der Gesellschaft. Zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten und den Langlebigkeitsdaten. Das ist quasi die Übersetzung der Anekdote in die Jetztzeit. Dann wurde jemand krank, wurden die Geschenke von allen etwas reduziert, solange wie die Krankheit dauerte. Das heißt, hier wurde also Transparenz ist Voraussetzung. Das heißt, man muss zuordnen können, Krankheit und fehlende Gesundheit zu einem Heiler, zu einem Wunderheiler oder Arzt, ja, und danach die positiven Anreize setzen und zwar mehr positive Anreize für Gesundheitserhaltung und Förderung und weniger positive Anreize, also Verdienstzuschüsse werden reduziert, wenn solange die Krankheit dauert. Und das sagt eigentlich alles. Also wir haben Elemente von Leistungsmessung, ausreichender Datenerhebung von Wohlfühlstimme über Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten. In manchen Bereichen ist auch sinnvoll Wirtschaftsdaten oder Reichtumsdaten oder Wohlstandsdaten zu erheben, weil man dadurch auch sieht, ob das Wirken einer irgendeiner Instanz der Gesellschaft, zum Beispiel einer Behörde, eher uns wirtschaftlich Gesamtschaden zufügt oder die Menschen ärmer macht oder reicher macht. Ja, und das kann man ja auch bei, zum Beispiel bei der Beurteilung von Behörden würde ich so eine Messgröße schon auch noch mit dazu ziehen wollen, weil es nützt uns ja nichts, wenn die Behörden immer größer werden, aber wir alle immer ärmer werden. Also insofern kann man da, wenn man so eine Messgröße drin hat, wie auch Wohlstandsdaten der Bürger, dann kann man auch erfassen, ob eine Behörde auch nicht zu übergroß wird und dann wirtschaftliche Schäden bei den Bürgern über Gebühr anrichtet. Ja, gut. Später formulierte ein Teil dieser Professorinnen und Professoren als Next Scientists for Future eine Stellungnahme, weil sich von der Anekdote ausgehend ein naturwissenschaftliches Gesamtlösungsmodell für all die weltweiten Menschheitsprobleme abgezeichnet hatte. Na ja, gut, dann mache ich das jetzt mal wieder hier zu. Ja, und dann schauen wir weiter. Was gibt es noch vorzulesen bei den Kurznachrichten? Ich gehe aber wieder auf unsere Seite zurück. Ja. Also. Auf teuer ausgebildete Experten zu verzichten. Und da gehe ich jetzt noch mal dahin hier. Also hier immer wieder dieser Fehler heute. Also. Hier übrigens kann man anklicken. Jetzt zur FRAG-Partei kriegt man Informationen. Ja. Zum Beispiel. Dann ruft man, wenn man da drauf klickt, kommt man dahin. Da kann man hier sozusagen. Vielleicht lese ich gerade mal vor. Wie kann man sich die Volksentscheide-Praxis vorstellen? Was ist also unser Anfangstipp an die Basis? Gehen bitte. Unser Anfangstipp lautet, werden Sie Basisdemokratisch. Bitte eröffnen Sie Ihr Denken für echte Basisdemokratie. Und die ist eben so orientiert optisch jetzt hier, dass sie sich eben für alle Experten und auch für alle Laien-Experten ist. Es spricht ja nichts dagegen, dass natürlich auch aus der Bevölkerung Laien Reformkonzepte entwickeln dürfen. Selbstverständlich, gerne. Und nehmen Sie die Laien-Experten. Experte ist nur definiert, dass Sie ein Reformkonzept schreiben können. Ja. Und nehmen Sie diese Laien-Experten Ihrer Parteibasis gerne in diese Volksentscheide auf. Und zwei bis zehn Wahlalternativen. Und zwar zwei bis zehn Vorschläge, die als Wahlalternativen dann im ersten Volksentscheid nach der Wahl den Wählerinnen zur Wahl gestellt werden. Und lassen Sie bloß nicht konsensieren darüber, dass die Parteibasis quasi den WählerInnen vorgreift. Denn das würde ja wieder bedeuten, dass wir keine Basisdemokratie haben. Denn die Parteibasis entspricht ja eben nicht einer repräsentativen Wähler-Strichprobe. Wir hatten mal gehofft, dass das vielleicht möglich wäre, die Mitglieder einer Partei so zu filtern. Also die, wen man aufnimmt und wen man nicht aufnimmt. Das ist aber wohl eine Überforderung. Das wird niemand schaffen. Ja. Und deswegen bitte darf niemals die Partei, die Parteibasis vorgreifen, dem Volksentscheid der WählerInnen. Und der Volksentscheid und diese Volksentscheid-Wahlprogramme sind ja nur der erste von fünf Machtbegrenzungskettengliedern, die die Next Scientists for Future vorschlagen. Der fünfte Vorschlag geht auf die Inspiration durch Herrn Sieber zurück. Und wir haben den, seinen Vorschlag aufgegriffen und verbessert. Und ja, aber ich zeige das mal. Also nur damit Sie das eben sehen können. Also hier einfach immer in zwei bis zehn Wahlalternativen denken. Ja. Und da alle Experten reinschreiben und die, die nicht zu Ihnen in die Talkshow kommen, weil sie irgendwie Berührungsängste mit Ihrer Partei haben, dann bitte Referate darüber und in Referatform das reinschreiben. Ja. So, das war mal wieder das hier. Ja. Und jetzt wollte ich hier gucken. Das wollte ich noch vorlesen. Wie kann man sich die Volksentscheide-Praxis vorstellen? Also die, die Frack-Partei hat vollkommen recht, dass das A und O ist überhaupt mal richtige freie Argumente-Kultur, Frack, also freie Argumente-Kultur, also damit echte basisdemokratische Kultur erstmals in Deutschland zu etablieren, ist sicherlich die Schlüsselreform. Danach kommt aber dann schon die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Es kommen all die anderen Reformen, die, ja, denn ohne Gesundheitsreform wird sich, werden sich die Schweinesgrippe und Corona-Skandale immer wieder wiederholen, unaufhaltsam, weil das System immer wieder darauf hinausläuft. Also müssen wir das System reformieren. Schluck Wasser. Wie kann man sich die Volksentscheide-Praxis vorstellen? Jede gute Partei, also jede Partei, die in Zukunft noch sich gut als gut genannt werden will, jede gute Partei sammelt zu jedem Reformbereich zwei bis zehn sich wesentlich voneinander unterscheidende Vorschläge verschiedener Experten als Auswahl- Alternativen für die WählerInnen beim ersten Volksentscheid. Also was macht eigentlich dann die Parteibasis? Ja, die sammelt, die sucht und sammelt und macht Referate und lädt ein zu Talkshows und hört die Experten und so weiter. Das Konsensieren überlässt sie im Wesentlichen den WählerInnen beim Volksentscheid. Da kann man ja die Technik des Konsensierens, also wie viele Widerstandspunkte haben sie beim Vorschlag zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und so weiter. Und das kann man ja dann als Technik bei den Volksentscheiden anwenden. Innerparteilich braucht man, wird nur konsensiert zum Beispiel, ob man einen, zum Beispiel einen Expertenvorschlag, einfach weil er so eindeutig verfassungswidrig oder gar rechtsextrem ist oder so, dann vielleicht wirklich ausnahmsweise ausschließt. Was aber, wo die Fraktpartei sagt, da sollte man sehr vorsichtig sein, dann kann man, irgendwann schließt man dann wieder alles aus und macht wieder eine Ausschließerin. Aber über solche heißen Dinge, darüber kann man gerne die Parteibasis konsensieren. Aber je, aber es darf kein internes Konsensieren geben, sachlich formulierte Reformvorschläge für irgendeinen gesellschaftlichen Bereich grundsätzlich auszuschließen. Nur weil zufällig die Parteibasis eine bestimmte extreme Perspektive hat und deswegen dazu neigt, sozusagen wieder zum Ausschließen. Das muss also in der DNA einer Partei wie die Basis richtig fest und unveränderlich verankert werden. Diese Offenheit gegenüber allen Laien-Experten und allen professionellen Experten bei aller Vorsicht, Vorsicht, auch Experten können durchseucht sein, mit vorteilbringenden Irrtümern, mit parasitären Memen, Killer-Viren des Geistes und können auch manipulativ wirken, also immer auch vorsichtig umgehen mit den Experten und vor allem den Wählern die Entscheidung überlassen, den WählerInnen. Also, ich wiederhole nochmal. Jede gute Partei sammelt zu jedem Reformbereich zwei bis zehn sich wesentlich voneinander unterscheidende Vorschläge verschiedener Experten als Auswahl Alternativen für die WählerInnen beim ersten Volksentscheid. Gibt es mehr sich unterscheidende Vorschläge? Der Vorschläge wird beim ersten Volksentscheid die Vielfalt auf die zehn sich am stärksten unterscheidenden Vorschläge runterkonzentriert. Der im ersten Volksentscheid gewählte Vorschläge wird dann für die Nachwahl wieder auf zwei bis zehn sich unterscheidende Vorschläge aus diesem Bereich, also aus dem Bereich des schon mal Gewählten, aufgesplittert, sodass die Wähler den definitiv sofort umzusetzenden Vorschlag daraus erwählen bzw. konsensieren können. Und wenn das, wenn das die Basis nicht macht, ist sie noch keine Basisdemokratische Partei und im bis jetzigen Zustand, liebe Basis, bitte. Wir rufen ja dazu auf, dass alle Sie wählen sollen, aber bitte kommen Sie auch endlich in den Bereich des echt Basisdemokratischen. Wäre schön. Ja, gut, dann kann ich das jetzt ja auch wieder zumachen. Was ist jetzt los? Verstehe ich jetzt nicht. Achso, das liegt daran. Das x war weg. Ja, das war es, glaube ich, an dieser Stelle. Und dann kommen wir jetzt hier wieder zurück. Dann lese ich mal weiter. Also ich wiederhole nochmal diesen Kernsatz. Auf teuer ausgebildete Experten zu verzichten, wegen eventueller, immer ja auch irgendwo vorhandener, vorteilbringender Irrtümer, auch bei Experten. Dagegen sind ja Experten gerade nicht gefeit, weswegen man vor nichts mehr warnen muss, als vor einer Expertokratie oder einer Wissenschaftsdiktatur, weil man damit lauter vorteilbringende Irrtümer auch bestimmter Sparten an der Macht hätte. Also, und auf teuer ausgebildete Experten aber grundsätzlich zu verzichten und damit auch auf die guten Experten zu verzichten, ist nicht Schwarmintelligenz, sondern ganz einfach ein großer, gewaltiger Fehler und Irrweg. So, was anderes in der Playlist 6 des besten Senders News und Talks, die also zum Beispiel die ganzen Arte-Sendungen in ihre, eines Playlist, das ist ja ein Playlist-Sender, in allen Playlist 1 bis 6 oder in der englischen Playlist, findet man ja auch die besten Arte-Sendungen und so weiter. Und da ist jetzt auch eine Sendung drin über die Kriminellen der Corona-Szene. Denn vielen fehlt noch das Bewusstsein, dass das, was wir bei Wir 2020 EU erleben mussten, dass nämlich dort kriminell gehandelt wird, dass es daran liegt, dass einfach sehr viele Kriminelle sich in die Corona-Szene hineingeschlichen haben und ihr Süppchen dort kochen und sich auch in die Parteien reingedrängt haben. Und das bitte schauen, diese Sendung über die Kriminellen in der Corona-Szene in Playlist 6. Man muss immer ans Ende der Playlist scrollen und dann findet man das immer sofort. Also Sender, News und Talks auf YouTube und Instagram, der beste Sender, den wir also empfehlen und der auch vieles von uns re-uploadet und hochlädt und so weiter, weil die sagen, da wir die Besten sind, müssen sie als bester Sender natürlich auch vieles von uns bringen. Ja, dann nochmal ein kurzer Hinweis zu dieser Matriarchats-Sendung. Die hat mittlerweile über 500 Klicks bei den verschiedenen Re-upload-Sendern zusammen mit den Klicks der Re-upload-Sender erhalten. Dann die Vorteilbringenden Irrtümer der Journalisten sind, also ich nenne mal, was haben so Journalisten für zentrale Vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die also karrierefördernd sind. Die haben den Vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, ja wir bringen doch alles Wichtige, ihr braucht nur auf uns zu hören, ja wir bringen euch doch alles Wichtige. Und nachdem dann die Wählerinnen auf das vertrauen, lassen sie dann plötzlich als Journalisten alles Wichtige weg und finden auch nichts dabei, denn sie haben noch einen Vorteilbringenden Irrtum im Kopf, nämlich die Vorteilbringenden Irrtümer der Parteien des Aufsichtsrats, ihrer Zeitung zum Beispiel oder ihrer Medien im Kopf. Nur die großen Parteien sind wichtig und dadurch empfinden diese Journalisten auch überhaupt kein Problem darin, dass sie über die Neuparteien gar nicht berichten und sie damit relativ chancenlos machen. Darin finden, sehen die überhaupt kein Problem. In dem Weglassen allen Wichtigen, die finden auch kein Problem, die besten Experten der Welt und den Weltrat und die Next Scientist for Future nicht zu berichten. Weil sie sind ja, sie haben ja den Vorteilbringenden Irrtum im Kopf, wir sind sowieso die Glücksten und die Schönsten, ja und dadurch hat der Journalist das Gefühl, da ich ja selber der Glückste bin und mir irgendwas an Weltrat, Next Scientist, irgendwas nicht gefällt, vielleicht auch nur der Anspruch, dass die die Glücksten sind und das will ich nicht hören, weil ich bin ja als Journalist selber der Glückste. Also dieser latente Größenwahnsinn ist ja überall verbreitet bei all den Leuten, die nichts können. Je weniger jemand kann, desto größenwahnsinniger ist er ja meistens, ja und die meisten Journalisten sind noch nicht mal auf dem Level unseres Vorgängers, des weltweit wichtigsten Denkers Professor Richard Dawkins und sind von uns natürlich unendlich weit entfernt vom Level her. Ja, ja, aber die Journalisten haben im Kopf, wir sind die Größten, wir sind die Schlauesten und alles, was wir nicht interessant finden, darf auch die Wähler nicht interessieren, braucht sie nicht zu interessieren. Und so empfinden, die haben die überhaupt kein Schuldbewusstsein, wenn sie quasi uns alles Wichtige verschweigen. Und deswegen brauchen wir die Medienreform, ja und brauchen dann die Talkshows, in denen quasi geübt wird für die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, also den Teil 3 unserer Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette, die wir zur Diskussion vorschlagen. Ja, dann, ja, ich lese noch mal kurz die Überschriften vor. Also Volksentscheid-Wahlprogramme und Volksentscheide, das ist die erste Glied der Kette. Das zweite Glied der Kette ist die Einführung der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die gekoppelt wird mit den Verdienstzuschüssen. Und dabei kann man dann auch noch die Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und eventuell manchmal auch die Wohlstandsdaten der WählerInnen mit dazu reinberechnen, sozusagen. Und das dritte Glied in der Kette sind eben die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, wo auch die Themen für die nächsten Volksentscheide festgelegt werden von den WählerInnen und eben wo die neuen Top-Politiker hochgewählt werden und die dann innerhalb eines Jahres dann Volksentscheide, Neuwahlen verlangen können und die sie dann auch bekommen müssen. Zum Beispiel, wenn sie selber Ministerpräsident oder Kanzler werden wollen, dann die entsprechenden Neuwahlen verlangen können, wenn sie im Rededuell den Kanzler, die Kanzlerin oder die Ministerpräsidentin geschlagen haben Dann haben wir eben die Medienreform, also viertens komplette Medienreform und danach täglich, dreimal täglich, vormittags, nachmittags, abends, zu den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, parallele Talkshows sozusagen und dadurch kriegen wir eine Einübung in die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, weil die einzelnen Bürger kriegen das Privileg, an solch einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid ja vielleicht nur alle zehn Jahre mal daran teilzunehmen, was ja auch unserem Prinzip entspricht, bloß die WählerInnen nicht zeitlich überfordern. Jeder Vorschlag, der von den WählerInnen zu viele Minuten abfordert, um an der Demokratie teilzunehmen, wird von den Wählern nicht gebilligt werden. Zum Beispiel solche Vorschläge wie Bürgerparlamente, wo ein Wähler, der vielleicht gerade Karriere machen will, einen ganzen Monat seine Karriere riskieren soll und muss, wenn er dann überhaupt noch Wahlrecht haben will. Solche Dinge werden wahrscheinlich nie in Deutschland Realität werden können, weil die WählerInnen einfach so viel Zeit nicht bereit sind aufzuwenden für eine echte Demokratie. Und es geht ja eben auch mit viel weniger Zeit, nämlich mit der Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette der Next Scientists for Future. Und jetzt, Herr Sieber von die Basis hatte ja mal vorgeschlagen, dass man da auch zwischendurch immer noch mal den Wählerwillen erheben sollte, den WählerInnenwillen und das, wir haben das abgeändert, das muss man machen mit simulierten Volksentscheiden. Also der einzige Weg, wie man die Wählerwillen zwischendurch realistisch erheben kann, ist, dass also Meinungsforschungs- oder Wahlforschungsinstitute repräsentative Wählerstichproben erheben und diese dann zwischendurch mal auf die schnelle Volksentscheide durchführen lassen, sodass man so den WählerInnenwillen erfolgt und dann bis zum nächsten Volksentscheid sozusagen schon mal vorläufig, kurzfristig die richtige Politik machen kann, sozusagen. Ja, und dann noch mal zum Thema, also noch mal das Thema Hausarztgesundheitskommune, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften bis hin zu vielleicht am Ende zu einem urmatriarchalen, einem pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus. Das ist für Sie erst mal als WählerInnen erst mal völlig uninteressant, es sei denn, Sie beschäftigen sich schon mit dem Thema. Aber es geht eben einfach um die Frage, was haben wir in der Wissenschaft für Hinweise, dass unser jetziges System uns nicht nur unser Leben zerstört hat mit Schweinegrippe und Corona-Skandal, sondern unser Leben auch schon viel länger, schon seit 400.000 Jahren zerstört und kaputt macht, sozusagen. Und wie weit hat es uns auch unsere natürliche, glücksbringende Lebensweise weggenommen, damit wir konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig werden und wurden. Und nur deswegen ist das wichtig, dass natürlich kompetente Wissenschaftler auch darüber nachdenken müssen, wie weit, was wurde uns da eigentlich für eine Lebensweise geraubt und wie weit können die Hausarzt-, Ersatzpraxiskommunen, Gesundheitskommunen sozusagen auch in diese Richtung denken und den Leuten, die das wollen, nur den Leuten, die das wollen, helfen, sozusagen schnellstmöglich auch in die beglückendste Lebensweise der Menschheit wieder zurückzufinden, die ja in unserem Kopf tabuisiert und mit Ängsten besetzt wurde. Ja, und zwar, da gab es noch so ein Disput, quasi noch ein offenes Thema noch. Also, wenn in einer Kommune, also noch einmal der Hinweis, diese Homogenität, die in urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunen sinnvoll erscheint oder jedenfalls faktisch bei Bonobos vorlegt, ja, die beschränkt sich nur auf die Männer. Das heißt, man sollte in einer Kommune entweder nur schwarzafrikanische Männer haben oder nur hellhäutige Männer. Auf jeden Fall immer Männer, die sich nicht optisch nennenswert voneinander unterscheiden, sodass dann eben kein Problem entstehen kann in Richtung Kindstötung und Kinderquälerei. Weil, wenn, sobald ein Mann nämlich denkt, ich sehe ja an der Hautfarbe des Kindes, dass es definitiv nicht mein Kind sein kann, und dann passiert nämlich Folgendes, dass dann die Wahrscheinlichkeit der Tötung dieses Kindes durch diesen Mann oder der Quälerei dieses Kindes sich um das 40-fache erhöht, das Risiko. Und wenn man dieses Risiko nicht eingehen will, dann sollte man auf eine Homogenität nur bei den Männern sorgen. Bei den Frauen kann alles, kann schwarzafrikanische Frauen und hellhäutige Frauen, das kann munter gemischt werden. Also kein Problem. Also nur die Homogenität bei den Männern könnte wichtig sein, sonst nicht so sehr. Denn entscheidend ist ja, wie bringt man die Frauen dazu, dass sie die Kinder nicht töten, der anderen Frauen. Das liegt an dem Körperkontakt und der Liebe zwischen den Frauen. Also müssen dann auch selbstverständlich die Frauen untereinander, die Dunkelhäutigen und die Hellhäutigen, sich natürlich auch lieben können. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es so, wie es ist, dann wieder schwierig, weil dann die Frauen untereinander anfangen, sich gegenseitig die Babys zu töten oder zu quälen oder zu irgendwie seelisch zu quälen oder zu terrorisieren oder was auch immer. Und auch das mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Dann, als wenn sie in Liebe miteinander sind. Wenn eine Frau eine andere Frau liebt, dann tötet sie normalerweise nicht deren Kinder. Und auf diesen Effekt setzt ja dieses Paarungssystem der Bonobos. Und dann, also auch nochmal für die Frackpartei. Sie sollten sich auch im Forum stärker darauf konzentrieren, an diesen Volksentscheid-Wahlprogrammen ganz konkret zu arbeiten. Denn das ist die Basis der Arbeit. Und zwar Argumente für alternative Vorschläge für Reformen zu entwickeln. Dabei können sie natürlich immer Werbung machen dafür, dass sie sozusagen selbstverständlich immer wieder sagen, Ja, wir laden dazu ein, wir machen ja schon solche Kommunen-Experimente. Aber entscheidend ist doch, welche Reformen wollen die Experten machen, um die Häufigkeit glücklicher Lebensgemeinschaften auch vor meine Haustür zu bringen? Ja, also ich selbst als Mensch. Mich interessiert im Moment die Einladung der Frackpartei in ihre Kommunen einzuziehen. Weniger, weil ich von allen Kommune-Experimenten sehr desillusioniert bin. Ich warte darauf, dass über die Hausarzt-Ersatzpraxen vor meiner Haustür die Kommunen, die Ur-Matriarchalen, Bonobo-Schenker-Kommunen ausprobiert werden. Und diesen Hausarzt wähle ich mir dann sozusagen und da mache ich dann mit. Also, was, liebe Frackpartei, zusätzlich zum Werben für die Teilnahme an ihren Gemeinschaftsprojekten? Wollen Sie an Reformen befürworten, die die in Richtung, die dahin führen, dass wir sozusagen möglichst viele Kommunen vor der Haustür bekommen? Ja, und darauf warte ich nämlich, weil ich ohne die Systemunterstützung des ganzen Systems Kommune-Experimente für zum Scheitern verurteilt empfinde. Das ist meine persönliche Erfahrung halt zu diesem Thema. Ja, so, dann gucken wir doch mal. Das war es, glaube ich, mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also nochmal, lieber Professor Bhakti, machen Sie mit bei uns, mit Professor Wallach und Dr. Spitzbart und lassen Sie uns der Basis helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Jetzt, wo die Basis nur noch die einzige wählbare Partei ist, die übrig geblieben ist. Alles andere ist unwählbar. Also auch die AfD, wenn Sie gute Politik wählen, dann ist die AfD sowieso völlig uninteressant. Und bei der Basis haben wir wenigstens noch die Chance, dass Sie den Weg zu den Next Scientists for Future und den anderen Top-Experten findet. Und Ihnen, liebe Wählerinnen, die Wahlalternativen in Volksentscheiden vorlegt und Ihnen das letzte Wort lässt, vielleicht mit Volksentscheiden, vielleicht mit Wohlfühlstimmen, mit Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten, mit Wohlstandsdaten. Alles Dinge, wodurch Sie das letzte Wort haben und die letzte Entscheidung über alles, was in der Gesellschaft geschieht. Und ja, das ist, und dann die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, da haben Sie wieder das Sagen, liebe Wählerinnen, ja. Ja, und mal gucken, ob die Basis diese Kurve kriegt oder ob sie eine scheiternde Partei wird, weil sie es nicht schafft, basisdemokratisch zu werden, faktisch basisdemokratisch zu werden. Sondern sozusagen einer Ideologie des, die Laien sind die besseren Menschen, die Laien sind die klügeren Menschen, die wissen alles und so weiter. Das ist eine Illusion, man sollte mal alles googeln zum Thema Schwarmdummheit, denn das hat sich herausgestellt, dass Schwärme oft nicht Schwarmintelligenz aufweisen, sondern regelrecht Schwarmdummheit zur Folge haben. Und von daher sollte man das mal googeln, ja. Also auf die Experten, die Laien-Experten vertrauen, aber auch auf die externen, professionell ausgebildeten Experten vertrauen. Ja, tschüssi, bis bald, das war's. Tschüssi, bis bald.